Drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage. So lang war ich Marlene von Lahnstein in der verbotenen Liebe. Für mich heißt es jetzt auf zu neuen Ufern, aber für euch lasse ich meine Zeit hier noch mal Revue passieren. Viel Spaß. Diese Antiquitäten, die Gemälde, das ist ja die pure Geschichte. Ich kenne sowas nur aus dem Museum. Wenn diese Möbel hier sprechen könnten, schreckliche Vorstellung. So, alles klar, hier geht's lang. Guten Morgen. Hier ist also der wunderbare Raum, wo wir morgens alle hübsch gemacht werden. Das ist jetzt schon mein lieber Kollege, der Christoph. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wird denn das jetzt hier, wenn es fertig ist? Ich zeige so ein bisschen, wie mein Tag bei der verbotenen Liebe aussieht. Und es ist natürlich, dass hier zu treffen. Muss das sein, dass du morgens hier schon mit der Kamera umbringst? Ist mir nicht genug? Na ja, man kann irgendwie nie genug drehen. Aber ich sehe schon, ich glaube, der Christoph hat das nicht so gerne, wenn wir ihn hier morgens in der Maske filmen. Hey, da ist ja noch jemand auf meinem Platz. Oh, na, hallo. Schöne ich die Kamera? Nee, gar nicht. Hi. Seht ihr? Und das ist der lebende Beweis, dass Frauen überhaupt nicht eitler sind als Männer. So, jetzt geht's los. Und aus Melanie wird Marlene. Und keine Sorge, das dauert jetzt nicht eine Stunde. Also, los geht's. Ja. 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 Das hat ja jetzt keine 30 Sekunden gedauert. Ja. 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 Okay, dann los. Auf geht's. Hallo. Ich komme einmal nachts. Hallo. Hast du den Check bitte? Genau. T-Shirt, Hose. Ohring hast du auch an? Ja. Super. Super. Dann können wir runter und ab ins Studio. Hallo. Wir müssen ganz leise sein. Da kommt mir noch gedreht. Aber ich bin für dieses Jahr schon mal fertig und muss uns hier warten. Ja. 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 Ich kann dich nicht heiraten. Was zu Marlene auf jeden Fall auch mit dazugehört, ist dieser Empfangstresen hier. Da bin ich bilderweise gesessen und habe E-Mails getippt. Also ich habe so getan, als würde ich E-Mails tippen, weil der Computer ist ja nicht tatsächlich an. Und dann habe ich immer ein Zehnfingersystem geübt, die aber nicht saß. Und mit dem Telefon habe ich immer telefoniert und dann gab es so etwas wie so einen kleinen Running Gag. Ich bin dann mal angegangen, EZL-Empfang Marlene von Lanschen, was kann ich für sie tun? Und das haben wir irgendwie jedes Mal gemacht und es ging irgendwann schon auf die Nerven, aber wir hatten richtig viel Spaß damit. War eine coole Zeit hier, auf jeden Fall. So, ich habe mich wieder zurück verwandelt von Marlene in Melanie. Damit ich Marlene aber auch kostümtechnisch nicht ganz vergesse, habe ich mir noch etwas gemopst. Und zwar der Blazer, der für mich einfach ganz typisch ist für Marlene. Dann hatte ich es so oft an und mit allen möglichen Blusen drunter und viel möchte ich mir gerne mitnehmen. Das war meine Zeit hier bei der verbotenen Liebe. Drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage gehen hiermit zu Ende. Ich bin total gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ich werde die Zeit hier nie vergessen und wünsche allen alles Gute. Das ist doch praktisch. Das ist feige und unromantisch. Jetzt hör auf damit. Würde sie fahren, wenn sie noch irgendetwas von mir erwarten würde? Vielleicht erwartet sie ja, dass du sie aufhält. Sie konntest ja gar nicht abwarten, hier wegzukommen. Oder sie hofft, dass du einmal in deinem Leben spontan bist. Und wie sollte das aussehen? Hol Tommy aus der Kita und dann bitte sie, euch beide mitzunehmen. Wie viele Zeichen brauchst du denn noch? Wenn du sie jetzt gehend hast, dann siehst du sie vielleicht nie wieder. Kannst du damit wirklich leben? Ich habe mir auch ein Taxi zum Flughafen nehmen. Meinst du das ernst? Ja. Jetzt geh. Melde dich, wenn du angekommen bist. Meine Gruß. Na los, jetzt geh, bevor es zu spät ist. Komm, hau. Komm. Na los, jetzt geh. Ja. Ja. Danke.